Hallo Freunde der Lichttechnik. Ich bin der Jens Peter und wir schauen uns in diesem Video die Optionen von Q-Lists genauer an. Bisher haben wir mit den Standardeinstellungen von Q-Lists gearbeitet, die man direkt nach einer Neuinstallation oder dem Zurücksetzen der Einstellungen vorfindet. Nun schauen wir uns an, welche Einstellungsmöglichkeiten eine Q-List so bietet. Um auf die Optionen einer Q-List zuzugreifen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Wie ihr vielleicht schon in anderen Videos gesehen habt, öffnet man diese entweder im Project Explorer, wenn man einen Rechtsklick auf die entsprechende Q-List macht und dann hier unten unter Properties. Die andere Möglichkeit ist hier unten im Q-List-Editor und zwar unter dem Button Options. Dieser bietet auch ein kleines Dropdown-Menü, welches ein paar häufig verwendete Einstellungsmöglichkeiten als Schnellzugriff hinterlegt hat. In den Optionen sieht man doch einige Einträge, darunter einige verhaltensbezogene, einige für die Darstellung im Q-List-Editor sowie die Standardeinstellungen für Queues in der Q-List. Hier kann man einstellen, welche Werte beim Erstellen einer neuen Q standardmäßig in die einzelnen Spalten der Q eingetragen werden. Der darüber liegende Darstellungsteil sollte eigentlich selbsterklärend sein. Deshalb gehe ich nun vor allem auf die verhaltensbezogenen Optionen näher ein. Außerdem schauen wir uns hier vor allem die Optionen an, die ich nicht bereits themenbezogen in anderen Videos beschreibe. Als erstes betrachten wir die Go-Back-Time und die Go-To-Time etwas genauer. Wie bereits in einem vorherigen Video beschrieben, können wir zu einzelnen Queues in der Q-List springen. Das schauen wir uns jetzt noch einmal genauer an. Auch hier gibt es wieder mehrere Möglichkeiten. Wir können entweder eine Q auswählen, dann einen Rechtsklick darauf machen und hier unten die Go-To-Option wählen. Wir können aber auch eine andere Q auswählen, dann hier oben beim Go-Button das Dropdown-Menü öffnen und hier die Go-To-Option wählen. Oder wir können ganz einfach die Steuerungstaste drücken und dann einen Doppelklick auf die entsprechende Q machen. Egal welchen Weg wir wählen, es wird jeweils die entsprechende Q mit der Dauer der Go-To-Time eingeblendet, was standardmäßig 5 Sekunden sind. Springt man stattdessen mit Hilfe der Go-Back-Time eine Q zurück, dann wird hier die Go-Back-Time verwendet. Auch diese ist standardmäßig auf 5 Sekunden eingestellt. Bei beiden können wir aber auch entsprechend andere Zeiten eintragen, also zum Beispiel hier bei der Go-To-Time den Wert von einer Sekunde. Wenn ich jetzt wieder zu einer anderen Q springe, dann sehen wir, dass diese eben in einer Sekunde einblendet. Möchten wir stattdessen, dass die in der Q eingestellte Fade-Time für das Go-To verwendet wird, dann müssen wir in den Optionen hier unten die Option Use Queue-Time as Go-To-Time auf True stellen. Wenn wir jetzt wieder zu einer Q springen, dann sehen wir, dass diese eben in 2 Sekunden einblendet, was eben dieser Fade-Time hier entspricht. Selbes gilt natürlich auch für die Go-Back-Time. Schauen wir uns als nächstes die Release-Time an. Sie ist die Zeit, in der die Q-List nach dem Beenden noch freigegeben wird. Hierbei werden alle Werte, die durch die Q-List gesetzt wurden, in der angegebenen Zeit ausgeblendet. Schauen wir uns das einmal mit Hilfe der Release-Time von 5 Sekunden genauer an. Wenn ich jetzt die Q-List starte und dann wieder stoppe, sehen wir, dass jetzt hier der Ausblende-Vorgang abläuft. Hierbei gibt es nun jedoch etwas zu beachten. Während der Release-Time ist die Q-List immer noch aktiv. Das bedeutet, dass sie in dieser Zeit nicht durch einen Klick auf den Go-Button neu gestartet werden kann. Erst wenn sie wirklich beendet ist, ist das wieder möglich. Das kann beispielsweise bei Blind-Effekten zu einem Problem werden, wenn man diese ganz schnell hintereinander starten möchte. Hier kann man sich aber beispielsweise mit zwei identischen Q-Lists behelfen, die immer im Wechsel gestartet werden. Alternativ kann man aber auch den Freigabe-Vorgang abbrechen. Das geht, indem man ein zweites Mal auf den Stop-Button klickt. Das sehen wir nun, wenn ich das hier noch einmal demonstriere. Wenn ich jetzt das erste Mal auf den Stop-Button klicke, startet die Ausblendung. Wenn ich jetzt nochmal drauf klicke, dann wird dieses Ausblenden abgebrochen. Das nächste, was wir uns anschauen, ist die Option Release at End-Mode. Hiermit kann eingestellt werden, wie die Q-List beendet wird. Steht diese, wie hier standardmäßig, auf Manual-Only, so kann sie nur mit Hilfe des Stop-Buttons beendet werden. Alternativ lässt es sich aber auch so einstellen, dass die Q-List, nachdem die letzte Q gestartet wurde, mit einem weiteren Klick auf den Go-Button beendet wird. Der letzte Eintrag, when lastQ ends, beinhaltet eine Automatik, die die Q-List beendet, wenn die letzte Q eingeblendet wurde. Diese Variante schauen wir uns noch ein wenig genauer an. Ich starte also noch einmal die Q-List, springe zur vorletzten Q und wenn ich jetzt die Q-List starte, dann sehen wir gleich, dass diese Q einblendet, aber wir sehen auch, dass sobald sie eingeblendet ist, der Release-Vorgang abläuft. Das ist vor allem für Szenen interessant, bei denen man eine Q-List einmal triggern möchte, sie dann aber den restlichen Ablauf selbstständig durchführen soll. Das kann beispielsweise bei den angesprochenen Blindereffekten sinnvoll sein, aber auch bei musikgesteuerten Lightshows kann dieses Verhalten sehr nützlich sein. Die letzte Option, die wir uns anschauen, ist die Option Skip First Q Trigger on Play. Sie ist für wiederkehrende Effekte wie beispielsweise Lauflichter gedacht, also wenn die Q-List so eingestellt ist, dass sie wiederholt wird. Hierbei kann es vorkommen, dass man jede Q immer eine gewisse Zeit, wie beispielsweise 2 Sekunden, nach der vorherigen triggern möchte. Wenn ich nun bei allen Qs hier den Trigger Follow einstelle und hier die Trigger Value auf 2 Sekunden stelle, dann funktioniert das zwar. Wir sehen jedoch beim Starten, dass auch vor der ersten Q entsprechend diese 2 Sekunden gewartet wird. Dieses kann man mit der Option Skip First Q Trigger on Play beheben. Wenn wir diese Option auf True setzen, dann wird beim Starten der erste Trigger übersprungen und die erste Q sofort gestartet. Bei jedem weiteren Durchlauf der Q-List wird dieser Trigger aber angewendet. Das waren sie nun die Optionen, die wir uns heute angeschaut haben. Damit seid ihr jetzt gerüstet, um auch bei euch entsprechend schnell mit den Qs in Q-List arbeiten zu können, beziehungsweise bei Lauflichtern weniger Qs zu benötigen. Übersjekt Untertitelung des ZDF, 2020